Einstellungen des Einfahrbereichs Den mitgelieferten 4 mm Imbusschlüssel ins Einstellpotti unter dem Blechgehäuse stecken. Das Potti befindet sich am nahesten zum Projektionstuch. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, das Projektionstuch fährt weniger weit nach oben. Pro Umdrehung ca. 2 cm. Im Uhrzeigersinn drehen, das Projektionstuch fährt mehr nach oben bzw. ins Gehäuse. Einstellung des Ausfahrbereichs Bitte den Einstellpotti umstecken. Der Potti-Regler weiter weg vom Projektionstuch regelt, wie weit das Projektionstuch nach unten fährt. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, das Projektionstuch fährt weniger weit nach unten. Pro Umdrehungen ca. 2 cm. Im Uhrzeigersinn drehen, das Leinwandtuch fährt weiter nach unten. Falls Ihre Leinwand sich nicht wie oben beschrieben einstellen lässt, ist vermutlich ein anderer Motor eingebaut. Bitte rufen Sie uns dazu an. Für falsche Einstellungen oder eventuelle Beschädigungen können wir keine Haftung übernehmen.